Mein Name ist Jérôme Luling. Auf meiner kleinen Sendung letzte Woche ich lehre, ich spreche mir heute über die Kombination Artikel plus Adjektiv plus NUM. Da weiß ich, was ich präpariert tun. Voilà, für uns zu fangen, muss man schon mal einer Schede zwischen unbestimmten Artikel und bestimmten Artikel. Artikel indefini, Artikel defini, plus Adjektiv plus NUM. Die Fonddatei auch ob grammaire.lu und ob exerciz.lu. Ah, den unbestimmten Artikel plus Adjektiv Am Nominativ oder Akkusativ das ändert nicht. Ein neuer Hund ein neuer Auer ein neuer Haus neuer Hund neuer Auerin neuer Häuser männlich, weiblich, sechlich, pluriel. Aufgepasst ein gut neuerst, ein guten daar. Das ist dann das Schede zwischen den Mölle-Consonanten und den Haarden-Consonanten. er könnte nach ein selbter zu ein guten daar. Und du fährst der D D D D. Und er ist nicht mehr das im Schluss. Und du fährst dann ein gut neuercht. Ein heischmauer. Ein heischen Auto. Mit einem Jot. Boah, das ist bisschen Orthographie auch. Also, Exer-System Blau hat heute ein Blau-Jeans-Box und Jeans-Box als weiblich und das ist ein Akkusativ. Hellblau hat heute ein hellblauen und das ist also hellblauen mit den N-Feldern wenn es den P. Also hellblaue, Plover und Weiß hat heute Weiß-Tonschlappen und das ist pluriel. Rosa hat heute Rosastrump und das ist pluriel. Lang hat heute einen langen Schalauswoll und mehr wenn es dem Es fällt in eine Wäsch und das heißt lange Schal Schal als männlich. Grain hat heute grain Händchen aus Lieder und die Queer. Brong hat heute einen Brongmutz und weiblich. Gro, wenn es regnet, hat ein groen Rehmantel und mehr wenn es dem R fällt in eine Wäschstoffe als groe, am Mantel als männlich. Ja, das ist immer der letzte Teil der Geschlecht definiert. Schein Am Sommer hat ein Scheinen oder Scheinen Maio und Raut hat ein Raut Cocktails geklecht und geklecht. Murf hat auch hier und das ist pluriel und schwarz hat das nicht schwarz Krawatt und noch verbessern. Dann das selbe Spiel am Dativ mit als immer mit Dativ mit engem neuen Hund mit enger neuer mit engem neuen Haus mit neuen Häusern Pluriel. Hier ist interessant zum Deutschen mit einer neuen Uhr, aber zweimal das weibliche weibliche. Also Exerciz Nei ist ein Problem mit engem Neuen oder Neid hier. Normalerweise ist es sehr schlecht, dann ist es ein Neid hier, aber es ist ein Dativ und dann ist es mit engem Neuen hier, denn N bleibt wenn es im Hasch. Neuer also er 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 Al ist ein Problem mit enger Alar Box das weiblich Flott Sie brauchen noch ein Katalog mit viele flotten Kleidern mit den Enfelden verschwindenden K. Hier kommen wir bei den bestimmten Artikeln. Hier haben wir den unbestimmten. Hier haben wir den bestimmten Artikeln. Und da geht durch Nominativ Akkusativ den Neuen Hund das ist schon bald ein Demonstrativ. So den Neuen Hund Dei Neue 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 Heise Groß hat geeft dat Grost Haus nicht mit dem T weil Haus ist sächlich hier geeft Dei Schein aber nicht das ist ein Akkusativ an lo der zählwisch am Dativ mit dem Neuen Hund mit der Neue Aua mit dem Neue Haus mit denen Neue Hün denen Neue Aua denen Neue Heise andere Übung Al ist schon ein Problem mit der Aua weiblich ist schon ein Problem mit dem großen Heise mua schwätzen isch mit einem Neuen Opa Blau hier nur ein Problem mit dem blauen Auto an da sind wir auch lo am Schluss angekommen da mein ich alles mit Klang dass wir alles eigentlich gesehen weil ich muss hier die blaue Knäppchen drücken und da kriegen wir alles verbessert alles sind wir ausgefüllt sind ganz frei also guck nicht ob alles richtig ist 1 2 3 zack genial alles richtig das alles gering Wanderlo Fehler gemacht hat zum Beispiel hier gibt das großen Haus nicht und da meine ich verbessern da weiß man guck das falsch so alles richtig genial alles richtig aber 70 Witz auf Lützebäuer an andere Verben Tabellen da sind auch die Grammar Tabellen also könnt ihr da alles noch lesen ich so nicht vielmals Merci für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis geschweine NKM Au revoir Lützebäuer h hoch 1 2 1 1 1